Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal wieder ein paar neue Produkte von Colourpop zeigen. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass Colourpop eins meiner absolut liebsten Make-up-Brands ist. Ich liebe Colourpop einfach. Eine Zeit lang, muss ich ehrlich sagen, haben mich die Produkte nicht so gecatcht. Da habe ich wirklich kaum da bestellt. Aber jetzt hauen sie irgendwie so eine Palette nach der anderen raus, die mich richtig anspricht. Und ich habe bestellt. Die Sachen sind da. Und eigentlich könnte ich gerade schon wieder bestellen, was ich wahrscheinlich auch tun werde. Aber jetzt reden wir erstmal über die Sachen, die ich jetzt da habe. Und zwar habe ich was aus der Troublemaker Edition bestellt, oder Kollektion eher gesagt. Das ist wirklich die erste Palette seit langem von Colourpop, die mich wieder richtig gecatcht hat. Und ich freue mich so unglaublich drauf, sie zu testen. Ja, die sieht so von außen aus. Eigentlich relativ unspektakulär, aber von innen finde ich, ist sie so ein richtiges Schätzchen. Man sieht auch hier schon ganz gut, dass das so ein Dual Chrome ist. Also je nachdem, wie das Licht drauf fällt, schimmert der anders. Und das finde ich einfach unglaublich interessant. Ich glaube, ihr merkt, wie aufgeregt und wie sehr ich mich darauf freue, die Palette zu benutzen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir die gekauft. Und dann gab es dazu noch drei so Jelly Match Shadows, von denen ich eigentlich nicht so ein Riesenfan bin, weil ich finde, dass die sehr schnell austrocknen. Ich dachte mir aber einfach, ich teste sie jetzt nochmal, weil die, die ich letztes Mal hatte, sind schon echt lange her gekauft worden. Vielleicht haben sie auch irgendwas an der Formula jetzt neu gemacht, dass sie nicht mehr so schnell austrocknen. Ja, da habe ich mir alle drei Farben bestellt. Bin sehr gespannt. Und ich würde sagen, ich schminke euch jetzt einfach einen Look damit, zeige euch am Ende natürlich auch noch Swatches von allem und erzähle so ein bisschen was über den Bestellprozess, weil ich weiß, dass viele von euch bis jetzt noch nicht bei Colourpop bestellt haben oder sich halt nicht getraut haben zu bestellen. Genau. Wir starten aber mit der Palette. Die habe ich für 18 Dollar gekauft. Ihr müsst immer bedenken, ihr bezahlt jetzt hier 18 Dollar, aber ihr müsst immer nochmal 6 Euro Auslagepauschale hier in Deutschland bezahlen, weil DHL sozusagen das Geld für euch auslegt. Und ihr müsst Zoll in Anführungszeichen, es ist eigentlich kein Zoll, sondern ihr bezahlt halt die Steuer nach. Und das müsst ihr auch noch mit drauf rechnen. Also bleibt es nicht bei den 18 Dollar für die Palette, sondern es kommt halt auch noch was anteilig mit oben drauf. Genau. Also ich starte und erzähle dann einfach ein bisschen was zum Bestellprozess. Als erstes gehe ich in den Ton hier oben. Das ist die Farbe Younger Self. Und den nehme ich mir mit einem großen, fluffigen Pinsel mal auf und gebe ihn mir in die Lidfalte. Ja, ich denke, die meisten von euch können was mit der Marke Colourpop anfangen. Und wenn es nur vom Namen her ist, Colourpop ist ja echt so ein Staple in der Make-up-Welt, würde ich einfach mal sagen. Die kennt man. Es ist ein amerikanisches Brand. Das heißt, wenn ihr bei Colourpop bestellt, bestellt ihr in Amerika. Ja, rechnet also damit, dass es ein bisschen länger braucht, als wenn ihr jetzt bei Douglas hier bestellt, bis euer Produkt da ist. Weil es eben aus Amerika geschickt wird, dann geht es natürlich über ein Zollamt oder meistens mittlerweile über einen Flughafen. Und die verzollen es, würde ich jetzt einfach mal nennen. Also die Colourpop druckt immer die Rechnung außen drauf. Hier, Achtung, das ist mir nämlich dieses Mal passiert. Ich habe, ähm, ja, ich bin all over the place. Aber ich berichte in solchen Videos immer gerne auch von meinen eigenen Erfahrungen. Ich denke, dass das für euch wahrscheinlich auch hilfreich sein wird. Ich hatte bei der Aktion bestellt, als man so eine eigene Palette zusammenstellen konnte. Das heißt, die Single Shadows und eine Palette waren um einiges günstiger, als wenn man sie einzeln gekauft hätte. Aber Colourpop hat außen drauf den regulären Preis der Shadows und der Palette draufgeschrieben. Das heißt, ich glaube, sie hätte 48 Dollar gekostet und jeder Shadow sozusagen 1 Dollar irgendwas. Aber Colourpop hat außen drauf 5 Dollar pro Shadow draufgeschrieben, nämlich den Originalpreis. Und nicht den vergünstigten Preis, zu dem ich eingekauft habe. Also musste ich die Steuer für den Originalpreis nachzahlen. Und das war dann schon echt teuer, muss ich ehrlich sagen, für das, dass ich es nicht für den Wert geshoppt habe. Aber das macht Colourpop so. Und die schreiben nicht den reduzierten Preis, sondern den Originalpreis drauf. Also Vorsicht, rechnet mit mehr, als ihr denkt, was ihr nachzahlen müsst. Ja, auf jeden Fall kam das Paket bei mir immer über oder kommt immer über den Frankfurter Flughafen rein. Colourpop drückt die Rechnung außen drauf. Der Zoll schaut sich das an, schreibt dann drauf, wie viel ihr noch nachzahlen müsst an Steuern. Und dann kommt das Paket zu DHL, zu eurer Poststation. Genau. So, dann nehme ich Zero Efforts, den hier, und gebe den mit einem kleineren Pinsel in den Außenwinkel auf. Ja, auf jeden Fall kommt das Paket dann zu eurer Post. Ihr bekommt dann meistens in den Briefkasten so eine Abholkarte. Da steht dann nochmal drauf, was ihr nachbezahlen müsst. Also einmal die Steuer plus diese 6 Euro Auslagepauschale, weil DHL für euch sozusagen die Steuer schon ausgelegt hat an den Zoll. Und deshalb könnt ihr euer Paket auf der Post abholen. Ich hätte kein Problem, zu meinem nächsten Zollamt zu fahren und mir die 6 Euro zu sparen. Aber so läuft das halt leider nicht mittlerweile. Irgendwie gehen die Pakete bei mir immer direkt zur Post. Seit Corona ist das so. Und ja, da geht ihr dann hin, bezahlt das Geld und habt dann euer Paket. Ja, so als kleine Zusammenfassung. Die Shadows sind übrigens sehr schön pigmentiert. Ich hatte bis jetzt noch nie Probleme. Ich habe immer meine Colourpop-Pakete bekommen. Ich verstehe aber auch, wenn einige von euch Angst haben, weil ich kenne das aus Erzählungen, dass früher, als die Pakete noch auf die Zollämter gekommen sind, viele da immer Probleme hatten, ihr Paket zu bekommen. Ich hatte das auch auf meinem Zollamt nie. Also das war auch ein super Zollamt, bei dem ich es immer holen durfte. Deshalb, ja. Achtet nur darauf, dass ihr nicht über 150 Euro kommt. Weil dann müsst ihr eine Strafe nachbezahlen. Das ist einfach so ein Ding. Dann bezahlt ihr sozusagen noch Zoll obendrauf. Und das macht so einiges teurer dann natürlich, ne. Das ist, wenn ihr bei Make-up-Brands bestellt. Also Kosmetik ist halt unter diesem 150 Euro wert. So als kleine Anekdote mal aus meiner Bestellhistorie. Aber ich hatte da, wie gesagt, bis jetzt noch nie Probleme drauf. Deshalb, ja. Das gefällt mir sehr gut. Wow. Okay. Bisschen Fallout habe ich, aber das ist nicht schlimm. Ich gehe einmal nochmal mit dem großen Pinsel oben drüber. Also wie gesagt, ich hatte bis jetzt noch nie Probleme. Konnte immer problemlos bei Colourpop bestellen. Meistens dauert so zwei bis drei Wochen, bis ihr euer Paket dann abholen könnt. Je nachdem, wenn natürlich größere Aktionen bei Colourpop oder so sind. Dann kann das schon auch mal länger dauern, bis euer Paket dann auch losgeschickt wird. Ihr bekommt aber immer einen Sendungsverfolgungslink. Also das ist eigentlich auch alles kein Problem, da so euer Paket im Blick zu behalten. Als Shimmer Shade würde ich dann in Wild gehen. Bevor wir dann noch einen von den Jelly Matte Shadows oben drauf geben. Ja, sehr schön. Ich liebe Colourpop. Ich muss auch wirklich sagen, dass jetzt gerade so kurz vor Weihnachten, finde ich, bringen sie immer die schönsten Sachen mit raus. Ich habe so das Gefühl, so das ganze Jahr über hat mich da nicht wirklich was gecatcht. Also ich habe kaum bei Colourpop bestellt. Früher habe ich echt einmal im Monat bestellt, aber mittlerweile nicht mehr. Und jetzt kommen aber gerade so viele schöne Sachen raus, dass ich schon wieder eigentlich ein Paket voll hätte zum Bestellen. Und das kam schon lange nicht mehr so vor. Ja, der ist auch sehr hübsch, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt möchte ich noch mit einem Jelly Matte Shadow drüber gehen. Ich habe die drei hier bestellt. Und ich würde den hellen hier nehmen. Das ist die Farbe... Hoppla. So what? Bei den Jelly Matte Shadows, ich zeige euch das mal, wenn ich ihn aufbekomme. Die kommen immer noch mal mit so einem Schützer. Keine Ahnung, hier steht auch drauf, keep me to lock the magic in. Das ist einfach, damit die nicht austrocknen. Ich hatte trotzdem oder habe trotzdem die Erfahrung gemacht, dass sie sehr schnell austrocknen. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so sein wird. Ja, und den nehme ich mir mal mit einem Pinsel auf. Ich nehme jetzt das vom Deckel. Jelly Mudge, weil das eben so eine... Ich glaube, man sieht es hier auch ganz gut, so eine Jelly Textur ist. Und den würde ich hier einfach nochmal oben drüber geben. Wow. Sieht man es? Ja, man sieht es. Ihr braucht auch wirklich nicht viel Produkt. Sehr, sehr schön. Es ist halt sehr kalt natürlich, durch das, dass es so eine Jelly Textur ist. Aber ich glaube, der Effekt spricht für sich, oder? Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel. Aber sehr, sehr schön. Die Jelly Machados geben halt einfach echt nochmal so einen richtigen Hingucker. Ich muss sagen, dass ich wie gesagt... Ich muss sagen, dass ich wie gesagt... Okay, sieh nach. Ich habe länger keine mehr bestellt, weil ich halt sehr enttäuscht war von denen, die ich daheim hatte. Die musste ich alle rausschmeißen, weil sie ausgetrocknet waren. Und ich hatte sie kaum benutzt. Aber die Farben haben mich einfach extrem angesprochen in der Kollektion. Und ich dachte mir, okay, ich gebe ihnen jetzt nochmal eine Chance. Wenn es diesmal wieder so ist, dass sie schnell austrocknen, dann bestelle ich halt einfach keine mehr. Ich wollte es aber einfach nochmal probieren. Und ich muss sagen, der Effekt ist auf jeden Fall da. Ich muss sagen, dass mir der Look wirklich wahnsinnig gut gefällt. Also... Ja, ich liebe es. Doch. Ich habe vergessen zu erwähnen, die Jelly Machados kosten 9 Dollar. Joa. Ist jetzt nicht so günstig. Aber ist okay für das, wie wenig Produkt ihr braucht und wie viel ihr bekommt. So. Dann habe ich noch Swatches. Das sind einmal vier Shadows von der Palette. Hier seht ihr auch den Duo Chrome. Je nachdem, wie das Licht eben drauf fällt. Und hier haben wir die Jelly Machados. Das ist So What. Das ist der, den ich auf dem Auge trage. Dann haben wir Drama Season. Und der letzte heißt Sass Recap. Also ich muss auch sagen, dass mir die Farbe sehr gut gefällt. Ja, doch. Eine sehr schöne Kollektion, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Tolle Qualität. Überzeugt mich auch von den Farben, weil ich auch finde, dass die Shadows super darauf abgestimmt sind, auf die Palette. Ja. Ich bin begeistert. Also, falls euch das Farbstema anspricht, die Qualität würde euch auf jeden Fall nicht enttäuschen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.